Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zunächst möchte ich euch allen ein frohes neues Jahr 2024 wünschen, mit der Hoffnung, dass ihr entspannt reingekommen seid und eure Feiertage entspannt verlaufen sind. Und ja, in diesem Video soll es um die aktuelle Transferperiode gehen, die seit gestern offen ist. Und wie das halt so ist manchmal, spielen einen dann die aktuellen Entwicklungen einen Streich. Und so ist es auch heute. Es gibt Neuigkeiten von Raphael Bore, von dem, ja, Ole Werner noch vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, dass er sich auf einem hohen Niveau eingependelt hat und vor ein paar Tagen kam das Gerücht auf, dass Raphael Bore wechseln will und natürlich hat Werner dann nicht gezögert, zu sagen, dass man Bore nicht ziehen lassen will. Das gehört natürlich letztendlich zum Poker dazu. Es geht ja auch immer um Geld. Nicht nur in der ersten Bundesliga, sondern auch in der zweiten und in anderen Ligen geht es immer um Geld, Geld, Geld. Und natürlich will man, das ist zumindest mein Verdacht, mit so einer Aussage, dass man Bore nicht ziehen lassen will, auch die Entschädigung, die Frankfurt dann eventuell bei vorzeitiger Beendigung einer Laie zahlen muss, in die Höhe treiben. Ja, und heute war dann zu lesen oder ist zu lesen, dass Werner einen Bore-Wechsel nicht mehr gänzlich ausschließt. Natürlich sind das alles momentan auch Gerüchte und was mir bei allem, was ich so in den letzten Tagen zu lesen bekam, auffällt, dass es mehr oder weniger fast nur um den Sturm ging. Ja, also da gab es halt eben auch einen Artikel zu Marvin Duksch, ob er in Bremen bleibt. Angeblich gibt es da wieder mal eine Ausstiegsklausel. Da frage ich mich auf, warum Werner Bremen sich da immer drauf ein ist, auf so komische Klauseln. Denn momentan ist Marvin Duksch ja mit einem Marktwert von 9 Millionen gelistet. Was ist, wenn der in, keine Ahnung, in zwei Wochen auf einmal bei 12 Millionen gelistet ist. Er aber eine Ausstiegsklausel hat, die maximal 10 Millionen Ablöse erlaubt. Also da, gut, ich bin nicht dabei, keine Ahnung. Ich finde es halt alles ein bisschen merkwürdig mit diesen komischen Klauseln, die sich da auch die Spieler irgendwie immer reinschreiben lassen. Dass die da eventuell dann auch dem Verein, für den sie aktuell spielen, auch einen Bärendienst erweisen könnten, scheint diesen Herrn völlig egal zu sein. Und ja, also, obwohl es sich bis jetzt um ein Gerücht handelt, riecht es für mich sehr danach, dass Raphael Bore nach noch nicht mal einer kompletten Hinrunde schon wieder das Weite sucht, will ich mal sagen. Und also wenn das dazu kommt, mag ich mir nicht vorstellen, wie es Ole Werner damit geht, der ja nun gerade erst gesagt hat, dass der jetzt irgendwie sich Otter auf so ein Niveau eingependelt hat, mit dem man arbeiten kann. Also es war ja jetzt in den letzten Spielen auch immer so, dass Marvin Dux und Raphael Bore in der Startelf standen. Ja, gut, ich meine, Mangel an Stürmern hat Werder jetzt definitiv nicht. Also selbst wenn Raphael Bore gehen würde, wäre man aus meiner Sicht nicht sofort gezwungen, für einen Ersatz zu sorgen. Wobei es da irgendwie auch schon wieder Gerüchte gibt, dass irgendwie ein südamerikanischer 18-Jähriger da im Fokus von Werder Bremen steht. Naja, gut. Da geht es aber wie gesagt immer um den Sturm und die einzige Nachricht oder der einzige Artikel, der sich mit den wirklich ernsthaften Problembereichen bei Werder beschäftigt, ist dieser aus dem, ja, kurz vor Weihnachten, da wurde geschrieben, dass der Zweitligist, ich glaube Kaiserslautern, nee, Karlsruhe SC, Interesse an Nikolaj Rapp hat und, ja, bekanntermaßen ist Nikolaj Rapp ein Abwehrspieler und aus meiner Sicht kann man ja durchaus Interesse daran haben, den Spieler zu verpflichten. Werder kann daran aber eigentlich nicht gelegen sein, aus meiner Sicht. Und, ja, viele Gerüchte, die sich alle irgendwie mehr oder weniger um den Sturm drehen und bezogen auf das Mittelfeld, es ist ja auch niemandem verborgen geblieben, dass Cater inzwischen abgereist ist Richtung Afrika Cup, also in die Vorbereitung. Da ist es ganz offensichtlich, dass der Herr, ja, jetzt erst mal einige Wochen fehlen wird, also Werder auch nicht zur Verfügung stehen wird, was er ja vorher auch nicht getan hat. Und, ja, Ole Werner hat sich, ja, auch weit vor Weihnachten dafür stark gemacht, den Kader zu verbreitern. Und ich habe ja dazu auch schon mal ein Video veröffentlicht, in dem ich mir den Kader von Bremen, Ferder Bremen, genauer anschaue. Und, ja, also es ist folgerichtig, dass Ole Werner sagt, wir müssen den Kader breiter aufstellen. Und, nachdem Clemens Fritz ja eine Woche vorher noch gesagt hat, das habe ich ja auch schon ein Video gemacht, dass er den Kader nicht für unterbesetzt hält, gibt es ja anscheinend jetzt Einigkeit zur Notwendigkeit, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Und, ja, also bisher, bis auf das Interesse an Nikolai Rapp, ist nichts zu hören von irgendwelchen Kandidaten, die eventuell die Werder-Abwehr verstärken könnten oder ergänzen könnten. Und auch hinsichtlich Mittelfeld ist Funkstille. Und, das sind eigentlich die beiden Bereiche im Kader des SVW, die dringendst aufgefüllt werden müssten, aus meiner Sicht. Das ist ja auch offensichtlich. Naby Keita wird, das ist zumindest meine Befürchtung, in dieser Spielzeit Werder nicht mehr voll und ganz zur Verfügung stehen. Ole Werner hat es auch irgendwann jetzt formuliert, dass er, dass Naby Keita zwar seine Verletzung losgeworden ist, also auskuriert hat, aber definitiv nicht fit ist und deswegen auch in den letzten Spielen nicht zum Einsatz kam. Da müssen wir da abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, ob Naby Keita dann überhaupt auch gesund und munter vom Afrika Cup zurückkommt. Also, ganz klar, das Mittelfeld muss aufgefüllt werden, aus meiner Sicht. Und da ist bis jetzt überhaupt nichts zu hören. und ja, das kann natürlich ein gutes Zeichen sein, dass man da bei Werder im Verborgenen arbeitet. Habe ich aber Schwierigkeiten mit das so zu sehen und auch bezogen auf die Abwehr. Drängt sich momentan niemand auf. Es fallen keine Namen, es wird nicht spekuliert, gar nichts. Absolute Funkstille, nada. Und da bin ich wirklich sehr neugierig, ob Werder danach irgendjemand aus dem Hut zaubern kann. Es wäre dringend notwendig, aus meiner Sicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das seht. Also, im Sturm wird es wahrscheinlich jetzt schon den ersten Abgang geben. Raphael Borey, so sieht es für mich aus, wird den Verein verlassen. Finde ich total bitter. Zumal er ja vor einigen Wochen oder ja, zur Hälfte der Hinrunde formuliert hat, dass er bei Werder bleiben will. Ohne, dass ich das mit Zahlen belegen kann, riecht das sehr danach, dass da das Geld lockt. Und ja, finde ich schon ganz schön bitter. Aber so ist es halt. Und Ole Werner muss dann wieder zusehen, dass er dann wieder mit einem neuen Gespann im Sturm zurechtkommt, also das irgendwie etabliert. Die Suche hat ja lange genug gedauert, da einen Sturmduo in die Startelf zu stellen, was auch halbwegs funktioniert. Das hat alles massiv gedauert, gedauert, gedauert. Und damit ist aus meiner Sicht auch zu erklären, dass der SVW jetzt ja mit 16 Punkten zwar nicht völlig daneben in der Tabelle dasteht, aber eben auch nicht wirklich gut aufgestellt ist. Und also die Vorstellung, dass Bore jetzt dann irgendwie weg ist und der Trainer Ole Werner wieder mit wieder mehr oder weniger bei Null anfängt, was den Sturm angeht, finde ich schon irgendwie also ich sage mal so, ich hoffe, dass Werder sich da letztendlich doch noch anders entscheidet, wobei, was will man machen, wenn ein Spieler weg will, soll man ihn dann halten, ist auch irgendwie, ist ja eigentlich auch keine Option. Also es ist ziemlich ein Murks. So und ich kann mich erinnern, es gab die ein oder andere Stimme zu Anfang der Saison, als bekannt wurde, dass Raphael Bore noch geliehen wird. Da gab es den einen oder anderen, der darüber überhaupt nicht begeistert war und wenn Raphael Bore jetzt tatsächlich geht, dann gibt er diesen kritischen Aussagen im Nachhinein recht. Mal gucken, also bin ich sehr gespannt und ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Tage und ja, nächsten Tage erstmal passiert. also ich bin skeptisch, was das Auffüllen von Abwehr und Mittelfeld angeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sich da irgendwas tut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erwartungen sind, ob ihr überhaupt irgendwas erwartet und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.